Heute Abend um 20.15 Uhr ist es soweit. Die erste Ausgabe von The GameAccounts Show beginnt. Weshalb ist die Weihnachtsmütze aufhauen, welche Themen es heute geben wird. Was The GameAccounts Show eigentlich genau ist, das erfahrt ihr heute Abend, wenn ihr einzeit habt. Um 20.15 Uhr live auf youtube.com. Vielen Dank.